Ja, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man Aufgabentypen in Excel erstellen kann, wo der Schüler dann selber überprüfen kann, ob er richtig gerechnet hat oder nicht. Ich habe jetzt hier drei Werte, darunter suche ich mir das als Zielzelle aus, färbe die gelb ein. Ich kann jetzt diese Zelle auch noch mit einer Notiz versehen. Also, Name braucht nicht dabei stehen, summiere die Werte. Dann kann ich das Feld auch noch ein bisschen anpassen und wenn ich dann mit der Maus über dieses Feld gehe, steht also, was der Schüler machen soll. Ja, Summe geht hier sehr einfach mit dieser Summenschaltfläche und dann habe ich hier das Ergebnis. Jetzt sollen wir dem Schüler die Rückmeldung geben können, ist er richtig gerechnet worden oder nicht. Entweder mache ich das über das Ergebnis und sage dann hier, also hier muss ich die Zelle markieren, ich sage bedingte Formatierung, neue Regel. Dann Formel zur Ermittlung der zu formulierenden Zellen verwenden. Ich sage hier einfach ist gleich A5 und das Ergebnis steht in der Zelle C5, also ist gleich C5. Also der Inhalt von A5 entspricht der Zelle C5, wenn das der Fall ist, suchen wir entsprechend die Formatierung raus. Ich bin hier schon beim Ausfüllen, grün, ok, ok. Und das wird auch gleich hier drauf angewendet. Wenn diese Formel fehlt, dann ist diese Zelle gelb, ansonsten wird sie grün. Man kann jetzt auch folgendes machen, wenn man möchte, dass genau die Formel überprüft wird, dann kann man auch hier hergehen und sagen, ist gleich Summe, Klammer auf, dieser Bereich natürlich, Klammer zu. Und dann entspricht das dem gleichen Vergleich. Was man noch hier machen sollte, wäre, dass man hier die Schrift auf weiß setzt, damit man hier nicht gleich das Ergebnis sehen kann, wenn man hier reinklickt und vielleicht auch an eine andere Position setzen, weil wenn hier jemand rumprobiert und löscht das aus Versehen, also wenn ich das jetzt hier rauslösche, dann habe ich natürlich mit dem Vergleich hier nicht mehr, weil hier nichts mehr drin steht. Okay.